ARD Text im Auftrag von Funk Und er hat Reune heute gefestet Toll Aber hättest du nicht einfach einen neuen Viking eben bauen können? Ja, geht irgendwie schlecht, wenn du Protoss spielst, ne? Ja Und von Felix? Ja, ne, da wurde ein bisschen durchgeflext Ja, aber ich hielt es für nötig, 70 Millionen Stalker zu machen Dass ich dann am Ende so dermaßen seine Armee kaputt gemacht hab Dass ich irgendwie noch, ich glaub, 40 Stalker übrig hatte Und er hatte halt seine Gebäude in der Ecke und ich hatte keine Basis mehr Ich hatte zwei Sonden, aber keine 400 Mineralien Das ist bitter So Tarot OP Was? Sagte Tarot OP Hm Finde ich auch Ich mach ruhig was, ähm Jo Ne Resen Ach, das ist noch die Map, die letzte Mal, wo wir da ganz knapp gewonnen haben doch Nein Wo ich schon komplett kaputt war Doch Da, da haben wir nicht knapp gefunden Ich hatte Wir haben verloren Ich hatte zwei Nein Als ob wir verlieren würden Haben gewonnen, aber Ich bitte dich Ja, das war knapp, das war knapp, doch Ja Nicht wirklich Nur am Anfang sah er ein bisschen kippelig aus Nur am Ende Halte ganz Das gewinnen wir sowieso, weil die sind alle so Silberwinden überhaupt Hat nix zu sagen Ich bin auch Silber und du bist Holz Und? Als ob Robin das verlieren würde, also wirklich Robin weiß noch diesen Imba League Sprite da Die holz wieder Warte, die sind alle Terran? Lol Was? Jo Ach, vier Och, ist ja eh krass Die sind alle Terran, ja Sollen wir einfach mal übrigens pumpen? Einfach mal übrigens durchfrischen Die haben übrigens in der Masse einfach OP Ach, Reaper Ich, ich Aber denk dran, die haben auch zwei Terran und einen Zerg Also wenn die, wer der Bending oder so hat, dann muss es klappt werden Splitten, hallo Also ich höre es Ja Splitten Ist ja gut und schön, aber Ja Eben Das kannst du auch nicht Nicht so gut hin wie du Ich klicke dann auch hin, aber nicht so gut Gar nicht hinkriegt, das kann man ja auch nicht sagen, aber Man sollte niemals sagen, dass irgendjemand anders irgendwas besser kann Das macht man ja nicht, Jan Ach so, dann stimmt Und es stimmt Nein Wisst ihr doch gar nicht Du musst immer an die Macht der Freundschaft glauben Du musst immer an die Macht der Freundschaft glauben Nein, an die Macht der Einhörner Ja sowieso Das steht außer Frage Hallo, ich hab Einhornmacht, Level 5 Jan, wir müssen mal wieder ein offizielles Clubtreffen machen Ja Wann komm ich da eigentlich rein Jeder ist ein WW Ich bin schon Level 5 Ach ich nicht, wir brauchen eine offizielle Eröffnungsteremonie, Robert Wir können Wir können Könnten ja eigentlich Also ich glaub ein Mitglied Das muss nicht mehr so unbedingt Ja Wieso scouten wir eigentlich nicht? Wir werden grad Verscoutet Fängt das Geil hin? Wir sind alle für zu ok dafür Fängt das Mitglied mit D an? Ja 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 Ich weiß Gibt ja auch nur zwei Möglichkeiten oder so Ja ja Und in drei 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 Achso Ja ja Das ist sogar der Großteil Nein Doch Nein Weiß Was war das denn für ein Leck? Ein Leck Boah Es lag Dein eigener Leck Gar nicht Das ist ja mal nett Weil du Zeug hast Ja das ist auch gut Du spielst gar nicht mal so ungut Ich bin zu Playblot Nevermind Jetzt kann ich dich wieder weiter produzieren Kommt ihr da hinten klar oder? Niko du musst Mule schmeißen Nein Nein Muss ich nicht Doch musst du Ich hab so viele Mineralien Ja eben Dann machst du halt ne CC CC? Ach ne OC Moment Ja oh ne ne CC meine ich doch Mein Gott Verwirre mich nicht Ja aber ihr wüsst die doch nicht Das ist genau Eins, zwei, drei, vier, drei hat der Platz Dann nehm ich keins Das sind fünf Ne sechs, sieben Fünf Es sind mehr aber Da sind nur drei die ganz nah sind Drei die nah sind Ja dann nimm es halt so eine die Zwei Zentimeter weiter ist vielleicht Ja und dann werde ich dir das weggefestert Weil ich das nicht verteidigen kann Na und? Ne na und? Da Das ist so Na und? Achja denk daran alle ein Ebay zu machen um Aurekills vorzubeugen Uhhh ganz viele Heliums Gesehen Gesehen Oh 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 Ah! Junge! Was schläfst du da? Ich? Ja in deiner Basis Ja in deiner Basis Du Lappen Was? Wo? Was? Was? Jan! Mann! Komm vor Jan Warum tust du mir das an? Kommt auf den besten Spielern vor und halt dir Was? Wieso greif ich? Nein! Guck mal an die Oh my god Ich hab fast gerade meine eigene Barrels getötet Mit meiner eigenen Armäe Verdient Ah erstmal Supplierberg mal super ey Toll erstmal alles Ah ich hatte so einen schönen Start oder so Why you do this? Weißt du du schießt auf 5cm neben und die Hellions Haters gonna hate! Haters gonna hate! Haters gonna hate! Ich hab nicht gemerkt man Ich hab dir gedacht die Hellions sind da zu der Echse geflogen Ach du Geflogen? Hm Ja das waren auch die Hellions von einem anderen Typen Nico enttäuscht mich nicht HELLION HELLION Oh man Komm Schaffter 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 Oh mein Gott ey Ja die hat gecleaert Weg holen Das hat dir in einer Haken Basis gecleaert Achso Ja der hat mich gar nicht gecleaert Achso du hast die weggezogen Ja echt ey Wann lauerst du? Ja Wann lauerst du? Skill hier Höchst Äh kein Geld Scheiße Können jetzt von mir aus get and go machen Hm How about no Warum nicht? Warum? Du denkst du das Spiel dauert Das sind ja Fehler mach ich Na und? Die machen auch Fehler Nein So viele wie Jonas Vor allem nicht so viele wie Nico Ähm Was ey mach niemals Fehler Wann redest du? Warum mach ich denn ne dritte Ebay Was soll los? Ah was auch für'n Scheiß Hm Oh fuck ist der Playblock Scheiße Oh Widow meins Komm mit welch die Watchtower ein Wo sind die Widow meins? Ich seh die Komm oben hin Achso ey Die sind hinten bei dem Terra eingegraben Jaaaa Ich hab so töten Put dem Hellions down Oh Bains Die im Bains Ja das Die Hellions sind gecleared Mein Spielstil Kontert die Bains aus Der Tag hat 15 Bains Alter Alter 15 Bains ist nix Die haben von euch Gas übrig? Ah Oh nein Das brauch ich jeden Moment Okay Oh da hätten sie jetzt nur Tor gebaut Damit er meine Ja Was hat seitdem der Ami gestimmt hat Und noch keine Medivacs hat Kenne ich Oh weh den ist auch hier Wie hat er jetzt hier ein Dings Dafür hat er alle seine Alle seine Oh was? Mineralienfeld erschöpft Hier auch sie Hätten auch sie gefunden Haha Kassi kaputt Oh du bist so imba Teach me how you do dis Geh weg da Geh weg da Nice Was passiert? Hat er gecancelt oder was? Ja eine Hat er gecancelt Jetzt wird Niko aber gerade getrackt Oh Oh dein Ernst? Autsch Are you no useful? Ich brauche Medivacs Ich brauche Gas Die Da wird mir kaputt Ja die Aus die Boat Da Gas Das sollte doch erstmal reichen oder? Dankeschön DM Tanks Ja damit kann ich jetzt 2 Medivacs bauen Gut Gut Wenn sie ein Stück ist sie dann auf dem Weg Ich gehe mal auf dem Sack Echt? Oh wow 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 Oh wow 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 Marines Oh Und Oh fuck Das soll War das ja deine komplette Armee? Nein Nein Ich Nein Aber ihr solltet da mal ein bisschen auffassen Ich bin Terra Das war nicht meine ganze Armee Pfff Ich hätte alleine abgewehrt Niko Keine Ahnung Ich glaube ich lasse meine Units voll in die Bandinger reinlaufen Ja Split Was ist? Was machst du mit meinen Units? Ja ob du bereit bist Ohohoho Kannst meine Units steuern Also steuern die Kann ich nicht Ist auch ganz so Niko Niko Ich werde das aber nicht tun Pfff Kannst du Wo ist Ah fuck Ah fuck Ich kriege auch viele Feuerfresser in der ganzen Welt Da sind keine Feuerfresser Ah für mich schon Nein Ah fuck Tanks Ganz viele scheiß Tanks Uhhh Fuck Nein Niiiice Ok das ist doch Ich habe mich nur wie leicht übersetzt Was macht man das? Charon gegen Tanks Mehr Tanks Go 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 drauf Oh oh Shady An Siege An Siege Niko ist das Ooooooh Ooooooh Niko deine Basis Niko deine Basis So ja Taxis I don't need this shit Hey ich hab deine Tores verloren Oh man Kann die mal jemand da wegclearen? Leider nicht Ich hab nix Ich micro den einen Marine der da in der Nähe ist Kann ich nix wegclearen? Ah fuck Hat jemand nen Scan übrig? Wo? Jetzt nicht mehr Wohin Da Man sieht dass ich ihn weiter draußen schon auf sie gebaut hab Oh Habt ihr den Split gesehen? Ah Ich hab einen Ah ich hab einen Lesel überordert F*** das Kommt ganz schön durch Ups 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 Ich wollt nur sagen ich hab gleich keine meine Basis mehr ne? Ja dann mach dir eine Das ist das Problem wenn ich keine Mineralien hab Ernsthaft Ich hab grad viermal meine Basis verloren Tut Müll heute Ernsthaft Du musst das spielen Robert Ich seh nix Was? Wann laberst du? Du musst das spielen viel scheiße Hab ich halt hier Ich brauche viele Expansions die haben Toll War dann da Mineralien noch? Für ne Expansion? Ja Ach ich kann hier einfach rumsetzen ne? Ja Ja Aber hier hast du 200 Ich werd vielleicht 3-3 Juhu Jetzt wird das nix unten Warte Was war das? Will du mein? Ja Ja die haben wir du mein Das load in Ah das passiert mir immer aus Versehen ey Ich werd einfach stumpfen übrigens gehen Irgendwie Das passt schon Das passt schon Oh Okay Oh 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 fuck Oh fuck Boah! Pulties. Ah, fuck. Ja, und jetzt bin ich ja an der Seite da auch campen. Naja. Ich hab'n riesigen Abwehrvorteil, aber ich glaube kaum, dass ich den sehr... wenn ich mich hab, dann wünschen wird, also... Hab' ich spanned dann, yeah. Ah, wo ist denn schon wieder meine... Ah, meine Fresse, ey. Kann da wohl nicht sein. Dom, 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 Dom. Komm, jetzt müssen wir go machen, sonst haben wir verloren. Ah, da oben. Schnell, erst mal clearen. Okay. Ich hab' nicht mehr. Ja, ich verliere unten auch schon wieder alles. Hab' nix. Ja. Ich hab' einen Robin und treib' er direkt. Äh, Jonas, so geht man da nicht rein. Hä? So geht man da nicht rein. Ich hab' grad' hinten was geguckt, tut mir leid. Fick dich. Wie Robin. Soll dat. Die Spiele sind noch random, ey. Ja toll, ich war sogar erster. Niko, warum? Weeper, so'n Scheiße. Hat'n Level ab. Ich hab' Erfolg hier rum, also wirklich nicht. Pfff. Und noch einen. Also, was denn für'n Erfolg. Schlechtester Spieler im Spiel, oder was? Ja, natürlich. Deine, deine Echo war sogar noch miserabler als meine. Ja, und Jan war auch sehr schlecht, also wirklich. Ich weiß. Ja, Jan und ich wurden aber auch die ganze Zeit gekickt. Du hast einfach gar keine neue genommen. Ja. Ich hab' euch den gelassen. Ne, eben nicht. Wenn du das so siehst, dann kannst du ja am Anfang direkt liefen, oder? Damit wir den extra Mineral hinterkriegen. Ja, also, spiel' vernünftig und nicht so hoch. Mein Gott, ey. Ah. Mach doch einfach wie früher immer einfach Marines, oder Maradöre und Medivacs dabei. Ich hab' doch Marines, also Medivacs. Das hab' ich ehrlich gesagt keinen Elzing gesehen. Also die Tanks da weggekriert? Hä? Doch. Naja, kann ich mich nicht dran erinnern, aber okay. Wie viele waren das? Fünf? 21. Hatt' ich hab' ein paar mehr von. Also von Anfang an, einfach Reaper sind nur da, um die Gegner eigentlich auszuscouten und nicht um die zu töten. Ach was. Ja, warum machst du die dann? Ja, also Gegner Schitteraner schaffst du damit auf keinen Fall. Mal Marines. Aber Protoss kannst du gut schaffen. Äh. Oder halt auf so einer Map, wenn die Distanzen wirklich kurz sind, aber... Naja. Ihr wisst, was ich meine. Ich war gespannt mit wem ich auf einer Insel bin, ey. Ich hoffe, ich bin mit Jonas auf einer Insel. Ich möchte auch mit Jonas auf einer Insel sein. Ist ja ekelhaft. Hey, lass unsere Insel in Ruhe. Da gibt's doch gar keine Inseln. Ja, viel groß um genau zu sein, eigentlich schon. Ey, da musst du deine eigene, oder? War schon wie Matera, ey. Warum bin ich nicht Matera? Ey, ich bin mit Jenny auf einer Insel. Fick dich. Ne, oder? Nein. Ausgeglichen. Ich weiß schon, welche von unseren Inseln als erstes fallen wird. Eure. Ja, weil wir uns... Wir machen Oracle Opening. Weil wir uns fokussend werden. Ey, bauen wir eine Wall, Jonas. Fick dich, shit. Ey, du. Hörst du die Fresse? Ich gehoste, ne? Da unten. Hier. Ich krieg's L-Wall in. Ne, wir machen hier eine. Du's voll. Damit da keine Weeper hochkommen an der Seite, ne? Ne, damit wir die Echse nicht mehr schützen könnten unten. Ach so. Genau. Weil ich ja mal in den Post nicht reinpacken kann. Ja, du kannst das nicht. Doch, wenn ich dir Kontroll gebe, kannst du das. Ist mir jetzt egal. Ich werd einfach Weeper machen. Oder ich baue für dich eine Wall und lasse dich aus der Welt. Für 5 Minuten? Weeper sind scheiße. Okay, ich mach Weeper. Ich mach wieder Weeper, okay. Nein. Ich mach auch ganz viele Starclown bei Marius. So. Ich hab jetzt schon mein Early Game verkackt. Aber egal. Glaube ich dir nicht. Doch. Ja, aber Pizza Spiel hat meine Kaserne gebaut. Und? Ich hab meine Early Game verkackt. Wenn ich meine Kaserne bei Zorn und Mineralien baue. Oh. Übertreibt. Jetzt kann man direkt GG, tut mir leid. Aber. Ja echt. Es gibt so manche Bronze Spieler, die machen ihre erste Kaserne oder so bei 800 Mineralien. Und davor noch 4 Pylonen. Also bitte. Nico. Niko. Niko. Lass nicht deinen Worker töten. Willst du den Kopf schütteln? Ja. Der töte sonst bald meinen Worker, der hier ähm... Was ist los Mann? Das neue Bronx, die Kiros. Man denkt nicht einfach nur... Wie? Wie? Wieso? Die sind halt schon so dumm. Der Terraner fängt mit dem Lift-Off an. Ja und? Und der Protoss Cannon Rush stand. Und? An der Stelle, wo der Terraner vorher war. Weil der ihn gescoutet hat. Aber ein Cannon Rush ins Leere. Ja aber dann... Der Anfang vom Game. Dann kannst du mir aber nicht... Kannst mir aber nicht erzählen, dass er sich die Replays nicht vorher anguckt. Jetzt wäre ich ja nicht lustig. Zin Victor guckt die. Ja eben. Und der gibt die dann in Husky weiter. Wer? Zin Victor. Zin Victor ist ein Freund von Husky. Jetzt sagt der ja auch noch so ziemlich jede Folge, ne? Ja. Nö. Kenne ich nicht. Ja ist ein Kollege von Husky. Und der guckt sich die halt an. Und wenn der die gut findet. Die Husky zum Cast. Äh. Äh. Was war eigentlich zuerst? Das von LackTV? Oder Huskys? Nö. Von LackTV. Also von Maximus Black und diesem anderen Spacko. Der unwichtig ist. Nö. Die haben... 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 In ner halben Sekunde... Lasern die so ne Ekline weg. Du machst dann... Die haben... Die haben... Versteh auch nicht. Terran Worker... Haben ja 5 Leben mehr. Das heißt... Die überleben... Ne ganze halbe Sekunde länger. Äh... Nein. Der Wickel macht... 25. Ja. Äh... SDVs haben doch... Ne... 5... 5... 5... 5... 5... 5... 5... 5... 5... Achja... Du kannst... Hier rechts kannst du mega viel killen. 5... 5... 5... 5... 6... 7... 8... Was ist denn da los? Was ist denn da los? Bist du jetzt zum grünen gegangen oder nicht? Jan? Was hat denn los? Ja der... Der Grüne da... Der hat keine... Kein bisschen Anti-Air. Kein einzigen Marine. Warum gehst du da nicht hin? Ich bin zu dem Gelben hingegangen. Hä? Was? Ach... Voll mit mein Oregar... Ich bin zu dem Gelben hingegangen. Zum Orange meinst du? Ja warum gehst du nicht zum Grün? Ja der hat keine Energie mehr. Ich hab dir doch... Ich hab dir doch... Ich hab dir vorher... Als du da reingeflogen... Bis gesagt hat da... Alles zu holen gibt. Ja da mach ich ja jetzt hier, ja. Ich hab keine Energie. Du bist da nicht. Muss warten. Ja jetzt gibt's dann natürlich nichts mehr zu holen, weil der Orange da jetzt... Gammelt. Gammelt. Oh Niko expandiert gleich. Was? Mh... Mh... Expandiert? Mh... Du kannst... Warum produzierst du eigentlich nie Morata? www. inquisit... Bin ich wie hier? Was? Bin ich. Kann ich nicht. Fack ich nicht. Ich bin so strong. Bin ich nicht. Ich bin riesen stronger. Na ja. Okay, ich kann ja die eine Person, die einen Tech Lab hat. Ich meine... Ja, du kannst ja auch natürlich aus denen produzieren, die keinen Tech Lab haben, wenn du willst, aber... Ja, kann ich nicht. Ach. Ich brauche noch einen Tech Lab. Also, du bist die einzige Person, die sich auch wirklich so... die KZ trollen lässt. Schülsling und die drei Listen, wo bei dem einen Check offensichtlich. Schülsling? Ja. Wie? Ich bin doch die einzige Person, die nicht auf normales Zeitraum spielt, also wenig. Doch. Ja. Also. Ich habe doch gesagt. Ja, also. Ja. Ja. Warum bin ich hier die ganze Zeit zu klein blockt? Ja. Schwierig Brotos zu spielen, wa? Ja. Ey. Nehm dir doch mal ein Beispiel an Niko. Oh, Niko, go. Ich habe ja auch nur 30. Oh, fuck. Niko, wir attackieren jetzt. Los. Wen denn? Mir egal. Irgendwie mal hier. Irgendwie mal hier. Irgendwie. 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 Ich kann mich eigentlich daran erinnern, meine Arbeiter wieder anzug und mich an geschickt zu haben, aber... Irgendwie. Irgendwie. Der grün kriegt echt nicht geschissen. Niko, wir werden gleich angegriffen, ne. Hast du mitgekriegt, oder? Fuck! Fuck! Okay, ich habe meinen Orca verloren, aber es hat er nicht installiert. Wie viele Kills? Über 15, wie gehe ich davon aus? Meine Widow meinen auch dabei. Ein paar Worker, Marines, alles dabei. Hat sich gerade unten eine Armee bewegt, aber nicht zu uns anscheinend. Ich brauche mehr Gas. Wer braucht mehr Gas? Ich. Ich brauche mehr Gas. Und ich brauche mehr Minerals, ich brauche ja nicht alles. Er hat ja doch bestimmt eine Creeper-Green zum Essen. Oh oh. Ich brauche mehr Gas. Niko? Ich komme. To the rescue. Okay, die wollten da nur kicken, glaube ich. Oder? Keine Ahnung. Okay, Jan, rücken wir ein bisschen vor. Ja. Ja. Okay. Och. Alter. Komm, du hast doch letztes. Dann lässt ihr die Goldputze da unten schnappen. Da? Oh, Alter. Ja, wo denn sonst? Keine Ahnung. Warum? Also, nein, der darf nur aus Hilfe. Ha, ja, ist schon weg alles. Ich gehe mal mit einem Marine gucken, was da los ist, ne? Oh. Wir haben jetzt nur meine Stargates gesehen, das ist jetzt kacke. Louins. Mit keinen Upgrade. Uuuuh. Nicht sein Ernst. Oh, 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 oh. Was ist los? Ach, guck. Oh, das ist jetzt irgendwo gut. Das sieht gefährlicher aus. Niko, 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 Niko. Nein, Fehler. Ah, von hinten, ne? Kommt ihr? Äh, wir werden auch gerade angerissen. Ach so, okay. Gut. Kicken, kicken, kicken. So. Weiter? Ja, weiter. Oh, oh, von oben. Zurück. Alter. Ja, hier alles das Gamebrems. Alter, lag das. Oh, ja. Ja, bin da gerade mal bei 20 FPS. Nein. Park, hast du noch den Server? Wo, wo, wo? Wo? Wofür? Bei meiner Basis. Das ist eine Widomann eingegraben. Das Faktor einfach noch im Scan. Autsch. Wow. Das war unnötig, Jan. Uh. Njaaah. Ups. Oh, schon wieder so viel. Hydros. Ah, kommt ihr! Hier sind alle! Ja, okay. Okay. Hast du ein Mothership, Koryan? Hä? Warum nicht? Nexus Cannon und so. Zurückziehen. Ja, meine ganzen Dinge fehlen nur jetzt dabei drauf, wenn ich mich zurückziehe. Ist egal. So. To the rescue! Ja, okay, komm, drauf 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 drauf! Blink rein, blink rein, blink rein! Oh. Achso, nicht, nicht, nicht. Ja, ja, passt. Von unten, unten sind Tanks. Tanks. Ja, 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 go, go, go! Wuuuuh! Tim, you tank it out. Loll! Gewinnen wir? Ja. Meine Marines gewinnen das. Boah, unter 20 FPS gefallen. Alter. Alter, ich kann nicht mehr mit 3 oder 4 FPS rum, Alter. Geil. War ein schönes Spiel. Aber denke ich mal, haben wir jetzt gewonnen, oder? Oh, fuck. Uh, sind da viele Widomais. Oh, viele Widomais. Zurück, zurück, zurück. Wow, hat der schon wieder so viele Hydras? Alter. Ja, ja. Ah, meine Bäumele sind sich angekesselt. Ja, super. Ja, ey. Gut. Unverderben. Ja, mein Namibis ist das 2-1-Welt-Welt. Das ist egal. Ja. Armee besteht auch gar nicht. Braucht denn Mineralien? Ja, kommt hier nach oben. Hier sind alle wieder. Hab nix. Boah, ich kann schon mal durch die Hälfte. Ja. Oh, oh. Von hinten. Oh, shit. Oh, oh. Gehen wir die Scheiße jetzt noch? Nein. Denk ich nicht. Ich hab gleich keine Kohle mehr. Oh, oh. Was los? Wir werden gerade... Ja, guck. Uns wurden die Volt weggegessen. Ist egal. Oh, shit. Infester. Ich denke mal, wir sind in einer ganz guten Position, wenn wir jetzt die Exe hier klicken. Weck. Hä? Green Pussy. Weil der Grüne, der war... Der war uns gerade schlecht. Ja. Boah, wie fies die sind. Einfach ihren Kollegen beschimpfen. Wahrscheinlich, weil er nicht angegriffen hat oder so, oder? Boah! Niko, 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 Niko! Warte mal eine Weife! Wo war ein? Oh. Sorry. Ohohoho. So. Geht der Kreeg jetzt hier auch mal langsam zurück? Ich verstehe nicht, wieso der immer noch da ist. Und ich mache die Kreeg vor. Ja, die habe ich... Die töte ich die ganze Zeit. Aber die kommen immer wieder neu, diese Bastarde. Wie diese Bastarde! So. Oh, der ist rum. Oh, verdammt. Oh, der Tanks. Was! Okay, mal von euch Gas? Entert die Tank da oben, naja? Okay, mal von euch Gas! Öäh... Warte nicht Ja, jetzt darf ich dann auch mit meinem Explochen setzen Was ist denn bei mir? Was? Ein fetter Drop Ja, ignorieren Keine Ahnung, greife einfach wenigstens irgendwas an Ey, Alter, dein Nexus Meine OC stand da schon Jetzt glaube ich eine Minute lang oder so Und du setzt da trotzdem den Nexus hin Hm? Wird mein Nexus die ganze Zeit dahinter gebracht? Ja, aber meine CC war da schon die ganze Zeit Jetzt verlieren wir wahrscheinlich Hat er damit denn zu tun? Ja, war das damit zu tun? Ich kann nicht mehr produzieren Damit hat er zu tun Willst du sonst haben, den brech ich jetzt ab Ja, mach Ja, daneben Danke Kann ich nicht mehr produzieren Ähm Nico, kannst du mal die Pian retten gehen? Ich will meine Exe hier nicht aufgeben Weil die sind sowieso gerade gleich angegriffen Wenn ich die mal eine Sekunde außer 8 lasse Nein, nein Da kann ich aber das müssen wir weg Ja, egal Danach nehmen die Robin Ich kann meine Stellung hier nicht aufgehen Ja, eben Wenn ich jetzt hier weggehe, dann fällt alles Ja, ja, darum mach Nico Die haben immer noch so viel Zeug, ey Warum die eigentlich die ganzen Wollen die die ganzen Ich hab keine Ahnung Wie ist los denn dafür? Dein Voidfell ist bei mir Der Voidfell Vorsicht Ich komm auch mal zu euch Ich hab keine Lust jetzt die ganze Zeit da unten rum zu stehen Nico, Nico, Nico Ja Oh 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 Ne, Gelm, den können wir jetzt auseinander nehmen Ja, der ist noch der Schlimmste von allen, würde ich sagen Boah, hinten Hintaus schon eine ganze Menge Ja Nico, kriegst du das? Ah, mein SCC ist down Was für ein Scheiß So, komm, jetzt hier oben, Wedgego, einfach rein, einfach rein Hier oben rein Warum ist immer der Grüne schuld? Keine Ahnung Weil der gar nichts macht Angeblich Macht doch wirklich gar nichts Ich glaub kein Inkarm Ich glaub nicht, ich hab 300 Äh, braucht jemand Gas, Geld, irgendwas Ich brauch Mineralien Massiv Bist du eins, weil ich hab 300 noch Kann dir alles geben, was ich hab Boah Und ich hab noch nicht Michael Boah Wie hat man gewonnen? Alter, Karl erkämpft Ach da oben sind noch Tanks Ja, hat der. Ah, mein Eko ist wieder im Aufschwung. Der ist blau. Ach, Nico. Ich hab schon einen Herzinfarkt gekriegt. Warum hast du so viele Units? Weil ich viel Produktion hab. Alter, Vater. 185 APM. Oh, erster. Oh, erster. Oh, erster. Oh, erster. Yay, Fladin. Yay. Ich hab 609 Einheiten getötet. Hui. Ich hasse solche Spiele. Die sind immer so anstrengend. Ach ja, genau. Ich muss einmal Part-Splitting hier machen. Sag mal, alle bis gleich. Oh, fick dich. Oh, ja, ja, ja.